Bhagavad Gita, Vers 4.34 Versuche die Wahrheit zu erfahren, indem du dich an einen geistigen Meister wendest. Stelle ihm in ergebene Haltung Fragen und diene ihm. Die selbstverwirklichte Seele kann dir Wissen offenbaren, weil sie die Wahrheit gesehen hat. Erklärung Der Pfad der spirituellen Verwirklichung ist zweifellos schwierig. Der Herr gibt uns daher den Rat, uns einem echten geistigen Meister zu nähern, der sich in der Nachfolge von geistigen Meistern befindet, die vom Herrn selbst ausgeht. Niemand kann ein echter geistige Meister sein, ohne dieser Nachfolge anzugehören. Der Herr ist der ursprüngliche geistige Meister und wer sich in seiner Nachfolge befindet, kann die Botschaft des Herrn, wie sie ist, an seine Schüler weitergeben. Niemand kann selbstverwirklich sein, wenn er sich einen eigenen Weg fabriziert, wie es heutzutage bei törichten Heuchlern üblich ist. Der Pfad der Religion ist vom Herrn selbst festgelegt worden. Deshalb können gedankliche Spekulation oder trockene Argumente einem Menschen nicht helfen, Fortschritte im spirituellen Leben zu machen. Um Wissen zu empfangen, muss man sich an einen echten geistigen Meister wenden. Solch ein geistiger Meister sollte in völliger Hingabe akzeptiert werden. Und man sollte ihm wie ein unterwürfiger Diener und ohne falschen Stolz dienen. Die Zufriedenstellung des selbstverwirklichten geistigen Meisters ist das Geheimnis des Fortschritts im spirituellen Leben. In ergebene Haltung Fragen zu stellen, ist die geeignete Voraussetzung für spirituelles Verstehen. Wenn Ergebenheit und Dienen nicht vorhanden sind, werden Fragen an den gelehrten geistigen Meister keine Wirkung haben. Man muss fähig sein, die Prüfung des geistigen Meisters zu bestehen. Und wenn er das aufrichtige Bemühen des Schülers sieht, segnet er ihn automatisch mit echter spiritueller Erkenntnis. In diesem Vers werden sowohl blindes Folgen als auch absurdes Fragen verurteilt. Man sollte vom geistigen Meister nicht nur in ergebene Haltung hören, sondern durch Hingabe, Dienen und Fragen wirkliches Wissen von ihm empfangen. Ein echter geistige Meister ist von Natur aus sehr gütig zu seinen Schülern. Wenn der Schüler daher ergeben ist und immer bereit ist zu dienen, wird der Austausch von Wissen und Fragen vollkommen. Wissen und Fragen Vielen Dank.